Klamotten im Liebesurlaub Klamotten im Liebesurlaub. Völlig unnötig. Heidi Klum, 45 und ihr Verlobter Tom Kaulitz, 29, genießen aktuell eine romantische Zeit in Hongkong. Auf Instagram lassen das Model und der Tokio Hotel Rocker ihre Follower sogar an den Musestunden in China teilhaben, und das obwohl das Paar auf den Pics wirklich sehr spärlich bekleidet ist. Heidi posiert in der Bilderei lediglich im knappen Höschen und ihr Tom scheint den Augenblick komplett textilfrei zu genießen. Punkt. Bleibt abzuwarten, wie Schlüpfrige die nächsten Schnappschüsse wohl sein werden. Tipps für Promiflash Einfach E-Mail an, tipps.promiflash.de